Die zweite Runde von Prototype 2013 ist sehr gut angelaufen. Wir haben ein sehr angeregtes Wochenende gehabt hier in Leipzig mit in diesem Jahr 27 Teilnehmern, die fast ebenso viele Ideen eingebracht haben, die wir in mehreren Stufen jetzt auf vier Themen und vier Teams runtergebrochen haben. Die sich jetzt zur Stunde organisieren, damit sie bis in den Herbst an diesen Themen erfolgreich weiterarbeiten können. Was bestechend ist, wie gut die Teams zusammenarbeiten. Es gibt überhaupt keine Reibungsverluste, hohes Engagement. Und auffallend ist dieses Jahr, wenn man die Themen mit dem letzten Jahr vergleicht, die starke Orientierung in der Branche als Ganzes. Also die Suche nach Lösungen für Probleme, die die ganze Branche betreffen und nicht nur einzelne Segmente, einzelne Verlage. Also das dürften echte Prototypen werden, die für strukturelle Fragen der Verlagsbranche etwas beitragen. Also das dürften echte Prototypen werden, die für strukturelle Fragen der Verlagsbranche, die für strukturelle Fragen, die für strukturelle Fragen, die für strukturelle Fragen, die für strukturelle Fragen beitragen.